Musik Servus Christi! Servus! Servus! Schauen wir mal, dass der untere Fuß leicht nach oben schaut. Schauen wir mal, dass der untere Fuß leicht nach oben greift und dann mit oben greift. Ach so, ja. Ja, so. Wir nutzen, gleich wie beim Felsklettern, die Strukturen dieses Eis hergibt. Servus, ich bin der Christoph und wir veranstalten da am Stubayer Gletscher ein Schnuppereisklettern, wo alle einfach probieren können, wie sich das einmal umfühlt. Das ist am Freitag, Nachmittag und liebst zwischen uns. Es meldet sich eigentlich bei uns an. Es wird im Skigebiet durchgesagt und ruft uns an und meldet sich einfach bei uns. Also schlagen tun wir immer eher so an die Lecherreichen, gell? Das ist am Freitag. Mönen, Mönen, Mönen! An.